Willkommen zu Ingen im schönen Seetal bei der Firma Alesa. Wir sind ein Familienunternehmen, eingebettet mitten im Dorf und doch noch am Hallweilersee. Seit bald 90 Jahren produzieren wir Präzisionswerkzeuge für die Bearbeitung von metallischen Werkstoffen und Kunststoffen. Unsere Kundschaft ist weltweit zu Hause und stammt vor allem aus Branchen wie Medizinal-, Maschinenbau- und Automobilzulieferer. Ich bin Polymechaniker im dritten Lehrjahr bei der Alesa. Hier habe ich die Möglichkeit eine vielseitige und spannende Ausbildung zu machen. Zu arbeiten an den CNC-Maschinen und modernen Programmen ist eine gute Grundlage für meine Zukunft. Auch unter den Lehrlingen haben wir es mega gut miteinander. Ich bin dritten Lehrjahr hier in der Alesa. Ich kann nach dem Teamleiter die Industriemeisterausbildung machen. Heute bin ich Abteilungsleiter der Schleiferei und der Schärferei. Mir gefällt besonders, ich hohe zu einem Entscheidungswagen und die sehr flexiblen Arbeitstiten, wo wir als Familienvater sehr entgegenkommen. Ich arbeite erst seit einem Jahr hier und habe nach sechs Monaten schon die Ausbildung machen zum Teamleiter. Bei mir im Team arbeiten vier Männer. Und obwohl ich die Jüngsten bin, respektieren sie mich und es funktioniert. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe hier in der Alesa meine Lehre gemacht. Ich wurde immer sehr unterstützt bei all meinen Plänen. Ich kann zum Beispiel an der Swiss Skills teilnehmen. Und jetzt, zwei Jahre nach meiner Lehre, werde ich mein Arbeitspensel reduzieren, um das Studium anzufangen. Ich arbeite schon über 47 Jahre in der Alesa. Was ich sehr schätze, ist mein kurzer Arbeitsweg. Ich habe jeden Tag nach Hause gegessen. Trotzdem, als ich schon 60 Jahre alt bin, bin ich noch an einer neuen Maschine ausgebildet worden. Ich schätze es sehr, hier in der Alesa, in diesem jungen, gemischten Konstruktionsteam zu arbeiten. Wir haben ein super Arbeitsklima und die Möglichkeit zum Teilzeit zu arbeiten, kommt mir als Mami sehr entgegen. Die Arbeit ist vielseitig und da stehen uns moderne Hilfsmittel zur Verfügung. Neben dem Arbeiten ist uns auch die Gemeinschaft untereinander ganz wichtig. Sei es in Spielen, Joggen, Grillieren oder sogar auf einer Töftour. Wir freuen uns über neue Alesaner und Alesanerinnen.